Okay, Stream ist jetzt fertig. Weißt du, was wir jetzt machen? Was steht an, Bruder? Wir gehen zu Burger King und bestellen alles, was es gibt. Weh, Bruder, kann ich mir alles aussuchen, was ich will, oder was? Nein, Junge, nein, die ganze Karte. Du suchst dir nichts aus, wir bestellen einfach alles einmal. Was feierst du eigentlich mehr, äh, Burger King oder McDonald's? Bruder, vom Ding her, schon eigentlich, ja, McDonald's, ja. Ich auch. Ja? Dann lass einfach mit McDonald's machen. Wie dumm ist das Intro? Wir gehen heute zu McDonald's und bestellen alles auf der Karte, einmal. Schaffen wir das überhaupt, zu zweit? Was? Alles essen? Weiß ich nicht, Bro. Sollen wir dich noch eine Verstärkung holen, oder zwei? Soll ich meinen Kollegen anrufen? Kannst du machen. Warte, ich ruf meinen Kollegen an, vielleicht holen wir noch einen Kollegen ab. Ich würde mich so freuen, wenn jemand sagt, ey, komm, wir essen alles bei Burger King oder McDonald's. Ja, normal, das wäre crazy. Wenn jetzt rangeht, wäre krass, Mann. Es ist schon nach 0 Uhr, muss man sagen. Und erst der eine, der nie rangeht an sein Handy. Er ist nicht rangegangen, Junge. Er ist so klar. Ich ruf noch Michael an. Das Ding ist, er ist Student, der schläft wahrscheinlich. Einmal so einer, der jetzt so rangeht und so, Bruder, es ist halb eins. Was geht ab? Was geht ab, Bruder? Was machst du? Ich bin gerade am Gamen. Mit Nile? Ja. Als auch, und beide am Gamen sein? Ja. Okay, frag mal Nile, ob er auch Zeit hat jetzt gerade. Bruder, wir müssen mit dem Ende, ja. Ja, scheiß auf euch, scheiß auf euer Spiel, Bruder, sinds von mir. Ey, nein. Komm, jetzt, du ist gerade vom Hörer. Er fragt, ob wir Zeit haben. Ja, wir haben Zeit. Okay, ich hole euch jetzt ab. Ich hole erst dich ab, okay? Macht euch ready. Ja, holt uns jetzt ab. Ich komme jetzt, wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen, Junge. Macht euch schnell. Ja, Bruder, geht jetzt nicht, Bruder, diese, diese... Mach doch, es geht nur jetzt. Verstehst du? Mach, beeil dich. Mach zu jetzt. Wir kommen, wir sind gleich da. So wie... Okay, let's go. Bringer. Hihihihi. Du hast einfach einen Kleid, Bringer. Weißt du, wie ich mich fühle? Wie so eine Frau aus diesem Erstlings-Family-Empfüge. Komm, lass einfach so wechseln. Wechseln. Bevor wir weitergehen, ich möchte ein Sderan machen. Okay, sing jetzt auch was auf Kurdisch. Gossen, Kinder, die dich holen, wenn's zum Geld geht. Keine Handshakes sitzen, Ferrari und Bentley. Hey, Bruder, mir ist kalt, Bruder. Warte, wolltest du mir gerade nachmachen? Nein, Bruder. Aber warum mach ich dir nach? Ja, weil alle sagen, ich rede so. Bruder, ich mach, Bruder. Nein, wir reden doch alle so. Besser ist? Ja, Bruder. Ja, Bruder. Aber ey, pack dich das schon ab, sein Mädchen. Ja, schon. Unheil, ne? Ja. Komm rein in die Yuga. Selbst das Auspacken ist ein bisschen anders geworden, ne? Mit dem neuen Auto und so? Ja, ja, ja. Weißt du, was wir machen? Du gehst jetzt alleine hoch und du sagst, du machst ihm so Angst. Du sagst so, obwohl er weiß, dass du kommst, aber trotzdem kannst du ein bisschen Angst machen vielleicht. Was soll ich machen? Was soll ich ihm sagen, aber? Sag ihm so, ähm, nein, sag ihm, guck mal, wir pranken ihn. Wir nehmen jetzt ganz normal mit und Thomas, du tust so, als würdest du die Kamera ausmachen und dann sagst du zu ihm, ich gefällt nicht, wie du redest auf Kamera, sag nicht mehr so viel. So. Ich bin so, wie heißt er? Ehrlich? Stell dir das an. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ey, das ist so, dass ist so respektlos. Das ist so. Einfach random, wenn du merkst, Thomas tut so, als ob er gerade nicht mehr filmt. Sag, sag nicht so viel auf Kamera. Ich mag das nicht, dass du so viel redest im Video. Mach auf. Mach auf. Was geht da? Wieso wird gefilmt und wieso ist hier Hamel Loco und Gio Montana von meiner... Weil der Tag ist gekommen. Mein Bruder ist hier, die Abrechnung. Warte, ich hab nix gemacht, ja? Warte, mir gefällt das nicht, wenn du den Videos zu viel redest, Anna. Warte, ich hab nix gesagt. Warte, du redest zu viel. Ich meinte mal Eldos ist der Schmale. Ich sag dir nur, pass auf, Bruder. Der Brand war so kack, hätte ich. Ja, ich hab auch noch einen. Du musst dich kurz anziehen. Ah, du bist schon angezogen. Du brauchst ne Jacke. Okay. Komm. Komm. Ich muss jetzt, jetzt kommen. Du musst jetzt kommen. Aber Nye sagt, dann musst du dich noch ready machen. Nye kann sagen, was er will. Wenn wir kommen, dann sind wir da, Allah. Er weiß gar nicht, was wir machen. Er weiß gar nicht, was wir machen. Wir gehen nicht wieder in so einen kacken Wald. Scheiße. Boah, Junge. Nein, 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 nein. Wir gehen ernst nicht in einen Wald. Versprochen. Bruder, sonst zieh ich nicht die Jacke an. Ja, okay, versprochen. Also, das ist kein richtiger Wald. Nein, es ist kein Wald, Mann. Komm jetzt. Werde ich dreckig bei dem, was wir machen? Nein. Komm. Wie, nein? Du wirst nicht dreckig. Ja, okay. Also, du könntest dich dreckig machen, theoretisch, ja. Aber, Bruder, du wirst doch eh nicht so viel getroffen, ja? Ich hasse Zigarettengeruch, ne? Aber denkst du, Bruder, sollst du dir einfach sagen, was wir machen? Nein. Doch, ich habe Sack gemacht. Bruder, wir gehen Paintball spielen. Das weiß ich, ich weiß nicht, aber du willst dann eine andere Jacke bekommen, man. Die ist ein bisschen teuer. What do you mean, Paintball? Wir haben Paintball, Bruder. Wir haben private Mieter. Nein, ehrlich? So, Reed, Tok, ich habe heute mit allem gerechnet, aber nicht damals. Digga, er hat das geglaubt, ne? Ja, Bruder. Er denkt, wir gehen Paintball spielen. Wir machen das so, wir sagen zu Nyle auch, dass wir Paintball spielen gehen. Ja, machen wir auch. Und dann sagen wir, wir holen einen kleinen Snack und dann bestellen wir einfach alles. Und dann gucken wir die Reaktion, wenn wir sagen, wir bestellen alles. Okay, coole Socken. Okay, let's go. Weißt du, was das Problem ist, Digga? Nicht, dass die dann enttäuscht sind, wenn wir alles bei McDonalds essen, weil ich sage dir ehrlich, Paintball ist cool und so. Aber lass mal ehrlich irgendwann mal Paintball zocken. Bruder, wir reden gerade über was anderes, Bruder. Wenn Sie merken, dass wir einmal alles bei McDonalds bestellen, Bruder, und die futtern dürfen, gerade das Bruder. Ja, okay, stimmt. Aber wir können ja sagen, wir können trotzdem noch mal Paintball zocken, ey, ne? Andermal. Digga, wir sind da. Ich schreibe ihm, ich rufe ihn an, er schreibt mir. Ich bin am Kacken. Bist du da? Bruder. 14 Jahre warten, bis er zu Ende gekackt hat. Aber dann hat er einen leeren Magen. Das ist schon mal gut. Meinst du, vier Leute schaffen alles? Ich habe Hunger, ich sage dir ehrlich. Ich habe auch einen, aber Bruder, alles? Alles einmal. Alles einmal. Aber es gibt nur einen Chicken Burger, dann ist er weg. Ja. Es gibt nur einen Burger, dann ist er weg. Ja, aber trotzdem. Verstehst du? Es gibt nur einen Big Mac, dann ist er weg. Oder wie viele Spezialburger gibt es immer. Diese Banschi irgendwas, keine Ahnung, Herr Selen. Da gibt es auch immer voll viele andere Burger, die nur für kurze Zeit passen. Ja. Okay. Dann Nuggets, dann Curly Fries, alles einmal. Was glaubst du, wie viel kostet das? Boah, so 300 Euro, 400 Euro. Immer Arme Mann, bitte abonnieren. Prime Sub Twitch, bitte Arme Mann, bitte. Kleiner kurdische Arme Mann. Guck mal, wie ich Michael jetzt verarsche. Ich rufe ihn jetzt an. Er sitzt da hinten im Auto, ne? Irgendwie er rangehen wird und denkt, dass irgendwas... Guck jetzt. Er geht's? Er dachte, ich will ihm was sagen, der Arme. Was geht ab, was geht ab? Was geht, Boss? Alles gut bei dir? Du riechst gut. Ich küsse dein Herz, Habibi. Was geht ab, Habu? Alles fresh bei dir? Immer doch, was macht ihr? Weißt du, was wir heute machen? Ich weiß es nicht, Bruder. Wir gehen Paintball spielen. Jetzt? Jetzt. Willst du mich Nazi? Und nochmal. Bruder, ich frag dich, ob ich irgendwas für Hünftiges anziehen soll. Du kriegst eh Kleidung dort. Bruder, ich hab jesig sagen. Ist egal. Du kriegst dort eh Kleidung, Schuhe, alles. Schuhe kriegt man da nicht. Doch, doch. Ich kenn das doch. Ich kenn das doch. Ich kenn das doch. Ja. Wir sind da, kurzer Snack bei McDonalds. Auf Tranquil. Für die Kraft, Bruder. Für die Kraft, Bruder. Für die Kraft. Für die Kraft. Ah! Wir werden jetzt kurz, bevor wir zu Paintball Dings fahren, Michael hier ins Auto tun, damit er das erste Mal darauf reagiert. Jan weiß ja, wie das da aussieht. Let's go. Willst du noch was du willst, Nei? So ein Combo-Meal. Brauchst du ein McDonalds-Set? Boah, Bruder, ich weiß nicht. Assalamu alaikum. Alaikum wa salam. Was willst du haben? Ach so. Korrekt. Ähm. Ja, wir wollen alle kurz. Einmal kurz snacken. Ja, Bruder. Weißt du, ey? Ein paar Chicken Nuggies? Ein paar Chicken Nuggies? Hier, Leute. Wir gehen rein. Bestellung. Ja, wie hell das ist, ne? Das ist Streiter. Hallo, bitte einmal alles, was es kostet. Einmal. Ticker. Was redest du? Einmal alles, bitte. Außer das Veggie-Zug. Ne, wirklich. Einmal alles, bitte. Alles einmal. Das ist mein Prank. Wir bestellen alles bei McDonalds einfach. Wir gehen gar nicht Payball spielen. Wir gehen gar nicht Payball spielen. Oh mein Gott. Ich hab gesagt, die werden abgefuckt sein. Was redest du, Bruder? Ernst jetzt? Ja, ja, ja. Hä? Das sind über 20 Sekunden. Ja, ja. Wir wollen alles einmal. Nein, er hat uns gefickt, Bruder. Was hab ich getan? Er hat uns gefickt. Hä? Wie sie möchten, machen wir. Ja, jedes, alles einmal. Auch alle. Ein McFlurry, ein Milkshake. Nein, McFlurry haben wir leider nicht. Ja, alles, was es gibt einmal. Boah, McFlurry hätt ich Bock gehabt. Nuggets haben wir vegetarische und normale. Beides einmal. Warum vegetarische? Ja, Bruder, einfach alles. Neuner. Neuner, vegetarische, neuner, normal? Ist egal. Was juckt mich sowas mit, Bruder? Ja, was fragt sie mich für Fragen? Ich wurde darauf nicht vorbereitet in der Schule. Sorry. Entschuldigung. Ich glaub keiner wurde darauf vorbereitet, einmal alles bei McDonalds zu bestellen in der Schule. Ne. Haben Sie? Ja. Wie viel kostet das? 120,07 Euro. Hä? Das kann nicht alles sein. Niemals? Das ist alles, außer Getränke. Wieso nicht? Achso, jedes Getränk auch einmal. Das muss nicht wirklich. Es muss nicht. Nein, 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 es ist kein Spaß. Es ist wirklich kein Spaß. Getränke klein, groß oder nicht jeder? Äh, jedes einmal groß bitte. Groß, ne? Diabetes. Ja. Blutzucker wird explodiert. Meine Arterien sind jetzt schon voll, Bruder, wenn ich nur daran denke. Bruder, ich fühl mich wie Big Smoke, als er so ganze Dings bestellt hat. Können Sie Apfelschorle aufhauen? Auch eine Apfelschorle bitte. Ja, alles einmal. Ja. Und Mineralwasser in Flaschen auch? Ja. Und Rotate. Und Medium beide? Beide einmal. Ja, du bist verrückt. Ja, du bist Real Talk verrückt. Bin ich verrückt? Wer das R rollt, Junge. Ich roll nicht das R. Extra, Bruder. 116,48 Euro. Bruder, das ist voll... Ja, okay. Das ist günstig. Danke. Er gibt 150... Er gibt 150 Euro. Ist voll günstig, Bruder. Ist günstig, Bruder. Nein, das Ding ist, ich dachte, es wäre viel teurer. Ich habe 300 Euro geschätzt. Was hättet ihr denn geschätzt? Ja, ne Bruder, ein Burger einmal. Ein Burger kostet 5 mal. Es gibt doch gar nicht so viele Burger. Einmal mit Karte bitte. Aber denkst du, wir gehen danach noch Paintball spielen? Mit dir wollte ich eh nicht. Das wollte ich gerade schon sagen. Wie, du witzig mit mir? Na, du friendly feiern. Hört auf euch zu streiten, Leute. Nein. Wir sind bei McDonalds. Ja. Ihr ist alles happy. Wir sollen weiterfahren. Ciao. Danke schön. Hast du Trinken hintergelassen? Warte mal. Eine Frage. Hatte das schon mal jemand gemacht? Einmal alles bestellen? Bei mir nicht. Noch nie? Wir sind die Ersten. Number one. Bruder, ich muss irgendwie Paketdienstausbildung machen, Bruder. Wie soll ich das jetzt alles gleich halten, Digga? Hey, aber ohne Spolken. Du schnatzst jetzt. Boah, guck doch, wie das ready ist. Ui, schweig. Das ist doch... War das schon mal Kasse? Ja. Kommt noch mehr, dann einmal das. Oder 3.000 Getränke, ne? Jetzt muss ich dir. Irgendwer muss mir helfen. Irgendwer muss mir helfen. Bruder, warum viel ist die ganze Zeit? Das Trigger-Mischricht, sind wir in McDonalds drin oder so? Dankeschön. Bruder, wie lange brauchst du, um die auszutrinken? Boah, 0,5 war insgesamt 2 Liter. Nicht so lange, Bruder. Ja, pipapo. 10 Minuten? Auf entspannst du? Ja, sag 10 Minuten, 2 Liter Kohlensäure. Auf den großen Parkplatz? Boah, Digga, es kommt alles auf den großen Parkplatz, Digga. Hahaha. Die kommen mit so Golfkarten wie hier. Hahaha. Bruder, Hamid, das Problem ist, du hast genau den schlechten Zeitpunkt aussucht. Nein, und ich sind am Cutten. Ehrlich jetzt? Ja, Bruder. Wir können heute anfangen zu cutten, mit dem Essenfang dran zu treiben. Yeah. Kannst du die beiden Getränke da nehmen? Aber du gehst doch nicht mal zum Sport. Was? Ich geh nicht zum Sport. Geht der zum Sport? Ich cut für zwei Leute. Ich war heute laufen. Was hast du heute gemacht? Ja, ich war heute auch laufen. Ja, war niemals laufen, Junge. Ja, Rack. Ich esse eigentlich nie bei McDonalds, aber jetzt ist grad eh leer. Deswegen kann man entspannt hier essen. Okay, Jungs, ich mach jetzt wieder nach und ihr müsst erraten, wenn ich nach mache, okay? Geht los in 3, 2, 1, go! Hälpnis machst du schon? Ja. Oh. Warum? Wir müssen ja in Ruhe gehen. Ich denke, dass ich... Hä, Wer bin ich? Bruder Hamid! Ja... Der ist einfach nur... El presidente. Versteht ihr? Ich bin el presidente, weil ich ich bin. Wir haben schon die Getränke bekommen, jetzt warten wir auf die Burger, weil die bringen uns die raus. Ich sterbe heute. Heute ist es vorbei. Ey, warte mal. Was denn? Warte, warte, wer zuerst oben ist. Chill, warte. Ey, was redest du? Wirklich gut. Ey, nicht mal, ohne Arsch anpacken. Ohne Arsch anpacken. Bruder, man hat sich in der Schule auf Oppe gelandet. Ja, aber das war nicht, schätze ich. Bruder, ich habe Platzangst. Ich schwöre, ich habe Platzangst. Bruder, du bist das. Wieso ist das so eng, Bruder? Ey, du musst das nicht machen. Oh, komm mal, so einfach. Ey, ich könnte hier überhaupt nicht rauswarten. Hey, hey, hör auf. Hör auf. Ich höre, das war gerade ein richtig schlimmer Moment für mich. Einmal alles. Nice. Einmal alles. So gut. Ich bliege sofort raus. Die habe ich auch gerade nachfohlen. Oh, shit. Eins. Zwei. Zwei. Aber einmal everything ist krass. Einmal everything ist krass. Drei. Vier. Zwei Soßen. Sechs, sieben. Sieben Typen. Ich kann nicht, hier ist Loch. Also wieso einmal alles? Für ein Video. YouTube-Video. Genau. Da vorne ist die Kamera sogar. Ja, okay. Viel Spaß. Dankeschön. Eine Frage. Du musst ganz ehrlich sein aber. Ja? Hast du in irgendwas reingespuckt? Nein. Geil. Wieso würde ich das machen? Ja, warte jetzt. Nicht nervig oder so? Wenn wer nervig ist, wird das gemacht? Dann vielleicht. Okay. Das Erste, was wir heute machen ist, jeder nimmt ohne zu gucken, das Erste, was er rausnimmt und das muss er essen. Egal, was das ist. Bruder, kein Bock auf Veggie-Chicken. Ist mir scheißegal, Junge. Das ist die Challenge. Mann. Okay. Ich nehm auch der Type was. Ich fang an. Oh, ich hab so'n Karton hoch. Boah. Veggie! Blöd-Blade-Stuggets! Ja, ich mag die sogar. Was redest du? Ja, und? Sie schmeckt ein bisschen wie Popcorn. Pfff. Du begrüßest. Sehr vorbeinahe. Irgendwas mit Schwein. Chicken Burger. Ja, das geht froh. Okay. Du weißt aber schon, Digga, Nyle hat grad den Chicken Burger deleted. Den gibt's jetzt nicht mehr. Ah. Das ist stark. Das gibt ja alles nur einmal. Okay. Du darfst nicht fühlen. Direkt das erste. Was ist das für ein Rap? Hoffentlich Veggie. Hoffentlich mit Tofu. Oh nein, der sieht entspannt aus. Der sieht schmack und fass aus. Schmeck mal. Chicken Rap oder so. Nein, was ist das denn? Normaler Rap oder? Doch, Chicken Rap. Süßauer Rap. Let's go. Okay, und Sian? Was ist das? Filet-O-Fisch. Der ist entspannt. Der ist entspannt. Okay, Leute. Lasst es euch schmecken. Die erste Sache. Ja, Bruder. Lasst es euch schmecken. Diese Plant-Based Nights. Ich bocken, Junge. Was ist das von dir? Hä? Ist das ein Chicken-Lugget-Win? Einfach alles frisch, Bruder. Weil du alles auf einmal geschmackt hast. Stimmt. Alles ist heiß. Hä? Ist das eine neue Taktik? Boah, schmeckt geil gerade. Weil jetzt gerade haben wir noch Hunger. Safe. Die Frage ist, schaffen wir alles zu viel? Was sagst du? Oh, das ist ein Burger, den zieh ich weg. Das ist die Challenge, Bro. Dass wir alles zu viel schaffen. Was hast du gezahlt überhaupt? Nur 160. 160 Euro? Warum hast du nicht vorher gefragt, dass er raten soll? Hat er. Hat er geraten? Ja. Drei Humbob. Es war übrigens seine Idee, euch zu verarschen mit Paintball. War doch cool. Mein Herz gebrochen. Kam spontan, Bruder. Ich hab gehört. Ich hab vorher gezockt. Was ist hier drinnen zu trinken? Du musst random. Einfach random, Bruder. In einer ist Benzin drin. Alles gibt es einmal. Es gibt auch einen Milkshake. Wann dürfen wir was trinken? Hä? Eigentlich erst nach dem. Jan hat es schon fertig gegessen. Was hast du? Ich weiß es nicht. Lass machen, wer dringend verliert. Hä? Cola. Wir sind bei McDonalds. Keiner hat hier zu sagen. Niemand hat hier zu sagen. Es ist aschkalt, Alter. Bruder, Essen für Energie. Schmeckt ehrlich wie Popcorn. Die Veggie-Nagels schmecken wie Popcorn. Guck mal ein. Nein. Du hast dich gehatet. Das ist sein Kampf, okay? Entspann dich. Es ist kein Fleisch. Aber warte, wie unfair ist das denn bitte, wenn einer gleich so drei fette Burger hintereinander bekommt und der andere nur so. Das Leben ist unfair. Bruder, am Ende werden eh alle satt sein, Bruder. Ich küsse dein Herz, Bruder. Schön gesagt. Mein Herz aber nicht. Ohne sie wird mein Herz niemals satt sein. Da, Bruder. Müll. Falls da der Müll ist. Ey, Jungs, mach nicht so. Lass uns beide jetzt die Getränke schnappen. Warte. Ich nimm für dich, du nimmst für mich. Okay. Okay. Das hat sich schwer angefühlt. Hahaha. Bruder, wieso hat sich das... Milkshake. Ah. Bruder, ich nimm das hier. Okay. Deins ist, glaube ich, ein Milkshake. Wo ist Strohhalm? Ich küsse dein Herz. Bruder, trink einfach. Mach einfach auf, Bruder. Hä? Hä? Bruder, da ist eine Bohme drin oder so. Das ist auch nochmal schwer. Das muss eine Cola sein, aber Bruder, das hat sich schwer angefühlt. Bruder, das ist dein. Meinst du auch eine Cola? Hä? Zero. Ich hab auch Zero. Hä? Wir haben alle Cola! Die hat das gar nicht verstanden gehabt. Egal, scheiß drauf. Aber er meinte auch einmal alles. Hä? Sollen wir liegen irgendwann an das Getränk? Ja komm, warte mal. Michael, trink mal kurz. Komm, einfach rein. Wenn das jetzt auch Cola ist, ne? Nein, aber er muss direkt austrinken. Damit du den Geschmack auch einbekommst. Wenn das jetzt auch Cola ist, ne? Respektlos. Okay, trink. Wenn das jetzt auch Cola ist, respektlos. Und? Cola. Ehrlich jetzt? Ja, ich seh gerne. Dann ist da noch eine Sprite und ein Winx. Warte, lass ja deins probieren. Ich hab das Gefühl, ich hab ein Eis. Ich glaub, du hast nicht einen heißen jetzt. Ich hab Cola, Digga. Aber ich glaub sogar Zero, Digga. Ja, es ist wirklich krank. Probieren wir mal eins? Ja, deins Cola, man sieht das ja nicht. Ja, aber ich mein auch wegen Zero. Oder einer von euch sagt... Oder Light ist dein Zero. Ja, Zero und Light, genau. Okay, okay. Let's go. Nächstes Objekt. Wer will anfangen? Ich dachte, wir müssen die Echsen. Hä? Nein, Junge. Sehr dumm. Boah, sehr stark. Michael, du bist dran. Royal Käse. Darf ich auch eine andere Tüte nehmen? Ja, klar. Wechsel wieder. Lass nicht gucken. Du musst das erste nehmen, ohne fühlen. Boah, Hamburger Realtes. Oh, ich glaub doch. Let's go. Bitte, bitte, bitte. Chicken McNuggets, Bruder, ja. Mann, es hat doch grad die Veggie-Version. Mann. Ja, du willst. Sticker. Der ist geil. Der ist geil. Mann, was ist das, Bruder? Ich kenn auch nicht mehr Chris. Wie hast du das? Ich kenn auch nicht mehr Chris. Wie hast du das? Zeig mal. Zeig mal. Zeig mal. Zeig mal. Okay, fein. Der sieht schon leider aus, Adler. Ich kenn den. Okay, es gibt ne Challenge jetzt. Warte, ihr dürft noch nicht essen. Wie noch nicht essen? Es gibt ne Challenge, okay? Wer als letztes mit seiner Runde fertig ist, muss einmal eine Runde um den Parkplatz laufen und zehn Liegestütze machen. Okay, drei, zwei, eins, go! Ich hab keine Chance. Bruder, wie ist das jetzt nicht? Hey, Digga, Bruder, und er hat den Chicken Nuggets das Stück. Er sagt Challenge. Nein! Bruder, das ist aber wegen Diät. Ich hab das schnell gegessen, damit das nicht lange im Körper bleibt. Weißt du was, Schmei? Fertig. Das ist so am Karten. Du musst zu Ende. Das muss weg sein. Das muss endlich weg sein. Das schaffst du trotzdem nicht vorher. Komm auf! Was machen wir? Bruder, du hast auf jeden Fall was in der Hand. Er nicht, Bruder. Pralas. Okay. Pralas, Bruder. Du sitzt mit drei Löwen am Tisch. Du musst jetzt sofort. Auch mit dem Burger. Und du musst ihn weiter essen. Bruder, du bist mit drei Löwen am Tisch. Ich bitte dich. So geht das nicht. Genieß es, Jungs. Genieß es. Ey Jungs, habt ihr noch eins zu dir reichen? Zehn Liegestütze! Du hast jetzt zwei. Drei. Oder er hat vier. Bekommt, aber ich gucke. Fünf. Nein, nein, nein. Fünf noch. Wir haben dich gesehen, Mann. Wo ist die Jury? Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Warte. Und jetzt stand. Stand. Er zeigt einfach unten. Und jetzt filmt sein Popo Schnee. Ey, hör doch. Wir haben dich gesehen, Mann. Freakontent, Freakontent, Freakontent. Schnell, 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 schnell. Zehn noch mal ein bisschen. Wieso sagst du die Challenge bei Neun Chicken Nuggets? Bruder, Neun Chicken Nuggets? Ich hab das mit Trinken. Bruder, das war stark. Warte mal. Er hat immer noch nicht aufgegessen. Guck mal. Er ist immer noch im Kaufen. Das ist crazy. Das ist mein Liegestes im Kaufen. Das ist crazy. Runde Nummer drei. Ich fang an. Keine Sorge, du kannst als Letzter. Kannst du mal eine Sekunde warten, Bruder? Ja, du kannst auch die Sekunde warten, weil du bist der Letzte, der auswählen darf. Rian darf diesmal zuerst. Okay, ich geh einfach in diese Tüte und ich schnappe. Ich muss das erste noch. Oh. Was ist das? Oh, Digga, ohne Sachen. Was? Digga, das sieht geil aus. Digga, das sieht unnormal geil aus. Digga, ich schwöre, das ist die Tüte. Ich nehm auch aus der Tüte. Ich hab vorher aus der Tüte genommen. Bitte, Digga, ich hab zwei Mal Nuggets bekommen. Das muss es sein, einfach. Big tasty Bacon, Bro! Bitch! Oh yeah! Boah, ich mach ein bisschen Auge, ne? Hier ist sogar noch was drin. Warum machst du Auge? Boah, der fettste Burger. Wenn jetzt irgendeine Challenge ist, hat er verkackt. Ja, stimmt. Oder warum haben hier so viele Dips? Hamburger Royal? Hamburger Royal? Aber nicht Tüte. Ohne Käse? Ohne Tüte, ohne Salat. Ah, das darfst du nicht. Nein, du musst noch mal. Nein, du musst noch mal. Du musst aus einer anderen. Eigentlich muss Michael jetzt den nehmen, oder? Der ist doch schon gezogen. Ach so. Oh, das ist hier ein Big Mac. Das ist stark. Okay, cool. Und Michael, du musst den hier nehmen, weil er schon geleakt wurde, oder? Nein, ich kann kein... Ist doch gut. Hamburger Royal? Ich schwöre, fürs Team, Bro. Es ist Moslem, ich kann das nicht essen. Wenn du mich schon ganz in den Ohr atmest. Ganz normal essen, aber jeder muss sein erstes ein bisschen nehmen, als wäre er in der Werbung. Okay? Okay. Boah, ich kann schon nicht mehr, ne? Das schmeckt wie ein McGriff, nur das Burger. Das ist crazy. Wer? Wer? Was passiert, wenn wir nicht mehr können? Wer, was meinst du? Scheiße, das ist schon Halluzination, Bruder. Wer, Bruder? Was denn? Ich mein, du hast gefragt, Bruder, ja? Das hat er einfach nicht geklappt. So was trotzdem gesagt. Mach mal weiter. Genießt ihr immer noch, ne? Ich bin mein Burger Nummer 3 und ich genießt ihr immer noch. Ja, das ist schlecht. Jetzt sagt ihr ehrlich, bei mir geht das Essen so alltäglich vorbei. Das Ding ist, das ist bei mir eigentlich Burger Nummer 1. Weil ich hab nur Chicken Nuggets. Er hat zwei Chicken Nuggets gegessen, er wundert sich, warum er seinen ersten Burger genießt. Alter. Er ist so ein Hater. Du würdest eigentlich diesen Move bringen mit zu mir. So sieht kein richtiger Big Tasty Bacon aus. Ach stimmt. Aber das ist kein Big Tasty Bacon, oder? Doch. Ach doch? Nee, der ist doch gestorben, Bruder. Ja, das stimmt doch. Rest in Peace, Bro. Rest in Peace an den Big Tasty Bacon, Jungen. Ruhe in Frieden. Und als Andenken, ein Video einmal abspielen. Der Big Tasty hat nichts mehr mit einem Big Tasty zu tun gehabt. Bis auf das Aussehen. Haben die nicht auch Red Bull? Warum gibt's hier kein Red Bull? Digga, ich hab gesagt alles. Ich meinte, diese auch Getränke. Ich so, ja, jedes Getränk einmal. Also haben die nur zwei Milchshacks. Dann wurde es frappee und so. Bruder, wo ist Apfelsaft? Bruder, wo ist Happy Meal? Im Milchshack haben die safe nicht, Bruder. Stimmt, Happy Meal fehlt auch. Mit ganzen Fruchtquatsch und so. Und da ihr meintet 150 Euro, das passt. Milchshack ist safe nicht dabei, weil auch kein Eis dabei ist, Bruder. Ich mag Milchshack. Ich mag Milchshack, geht ja nicht. Ich mag Milchshack. Ich mag Milchshack. Ey, wisst ihr was eigentlich noch drin sein muss in den Paketen? Ein Salat. Bruder, wie soll ich abnehmen ohne Salat, Digga? Bruder, ich glaub, die hat nur alle Berge und Nuggets und so gemacht. Ich kann nicht mehr, Bruder. Ich bin satt, Allah. Bruder, wir sind nicht Hotch Twins, wir sind Hotch. Wir sind einfach vier Kinder. Bist du auch am Kerten? Ich bin auch am Kerten. Du bist nicht am Kerten. Ja, Bruder. Shut up, Michael. Der ist so blue aufgibt. Mein Gott. Ich kann ehrlich nicht mehr. Du musst länger schaffen als Michael, Bruder. Bruder, ich kann nicht. Ich küsse dein Herz, Bruder. Das war Triple Fleisch oder so. Und davor auch fett immer sein. Du musst durch den Dschirn. Bruder, ich kann nicht mehr. Ich küsse das Herfleisch. Meine Challenge für heute, mehr zu schaffen als Dschirn. Du weißt damit, dass du lang bist auf Klasse 4 und scheitest aus. Klasse 4, Bruder, willst du Klasse 4 sein? Bruder, natürlich nicht. Aber ich kann ja auch nicht mich ficken, meinen Körper zu sterben, Bruder. Bruder, wenn du ein Mann bist. Was hast du mit Mann sein zu tun? Nein, was hast du gesagt? Ich wollte Löwe sagen. Ich wollte Löwe sagen. Ja, Bruder. Besser ist es. Obwohl, warte mal, warte mal. Ich bin kein Löwe. Ich bin ein Silberrücken. Guck, das meine ich, das meine ich. Weißt du, wie immer die essen, Bruder? Die essen 6 Stunden Stück? Bruder, Silbertiere. Bruder, Silberrücken. Was? Einfach halt die Backen, Alter. Ich will dich einfach nur dazu bringen, mehr zu essen, Digga. Ich weiß nicht wie. Vielleicht küsst du auch dein Herz, Bruder, ja. Aber nein, du siehst den großen Plan nicht. Wenn du mehr isst, muss ich weniger essen. Nee. Am Ende zwingt der mich nicht. Das ist doch die Sache, Bruder. Ja, Bruder. Ich steh so, Bruder. Das kann doch nicht sein. Walle, Jungs, ich kann nicht mehr. Walle, ich kann nicht mehr. Bruder, ich bin schon satt. Mal schlag, Jungs. Einmal Applaus euch ja. Ich bin traurig. Ich hab die Werte geschafft. Ich hab dich geschafft. Gone too soon. Hey. Gone too soon. Danke, dass du da warst. Gerne, mein Bruder. Okay, Leute, wir haben einen Krieger verloren. Das ist schwer. Das ist echt schwer, ne? Ey, jetzt darf keiner mehr von euch aufgeben. Jeder, der jetzt aufgibt, ist ne Bitch. Ich bin noch ein Kampf, Digga. Was redest du? I know Bitch. Hast du jetzt noch nicht mal sein Burger? Mit dem hab ich von Anfang an nicht gerechnet. Deswegen sag ich, wenn Gian geht, Bruder. Michael Jordan setzt auf, Digga. Dritter. Ach, gibt's dich schon auf? Nein. Oder er hat den Kopf schon aufgeben. Hast du gesehen? Wegen der Aussage, er hat den Kopf schon aufgeben. Er hat schon gesagt, dass er Dritter ist einfach. Mindestens Sitter. Vader Kirk. Boah, er war kein mindestens. Guck mal, jetzt wird Ansage, ich wird Erster. Jetzt hast du wieder übertrieben. Jetzt hast du wieder Munds voll genommen, Digga. Sag nicht mal Zweiter, sag Erster. Ja, okay, gegen 9 kann man nicht gewinnen. Tschüss, was hat er sonst mit mir gemacht? Schwarze Loch, Digga. Einmal essen verschwindet. Ja, ne Bruder, bist du nicht, oder was? Er hat sich ein bisschen rechts. 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 Ich schwör auf alles. Man geht McDonalds, man geht trainieren. Nein, sag, soll man wieder Mac? Ich bin am Curtain. Am Curtain. Vorher und nach. Er macht äh, Triple Mac, Bruder. McDonalds, Mac with McDonalds. Bruder, was hast du denn gemacht, Digga? Mewing und wie wir im Gym sind. Nachdem wir gehen, Bruder, ich kann nicht mehr. Bruder, jetzt Pump wäre nuklear. Jetzt wäre ein nuklearer Pump so viel Salz, wie du drin hast. Bruder, jetzt nimm Backen, Digga. Michael, trink erstmal noch einen Schluck. Bis der runter ist, Digga. Er ist nicht mal runter. Bruder, er sagt, er ist so einer von HotchTwits. Das sind so diese alten Oldschool-Fitness-Influencer, die so richtig fettiges Essen essen. Bruder, er denkt, er ist einer von denen. Bruder, unter deren Schuh bist du. Bruder, ich hab grad noch Kellogg's zu essen. Das sind einfach normale. Bruder, Nougat-Bits, fertig. Ich mag kein Kit-Kat, Bruder. Aber das schmeckt geil. Du sagst besser, ich mag doch kein Kit-Kat, Bruder. Worauf soll ich mich freuen? Hä, Bruder, hä, warum? Hä, ist besser. Es schmeckt noch mehr nach Kit-Kat. Es ist besser als das, was du nicht magst, Bruder. Es schmeckt noch mehr nach Kit-Kat, Bruder. Ach so, ja, dann feier ich safe. Also Baby. Das ist korrekt, Bruder. Guck mal, ich weiß, warum wir so selten so drittchen. Weil ihr beide immer gegen mich seid. Schon alleine ging ich mit dir noch schlimmer. Wisst ihr, was krass ist? Wollt ihr die Kellogg's? Ich spiele gegen alle. Schokobons, Bruder, als Kellogg's. Sehr ehrlich, das. Bruder, schrauben. Schrauben einfach. Bruder, schrauben. Stay hard, Bruder. Wir kommen zum Ende, Jungs. Hier jetzt. Bruder, ist da eine Tüte voll? Leer! Leer! Let's go! Okay, Jungs, wir machen das jetzt so. Wir suchen nicht für uns aus, sondern wir suchen für den anderen aus, okay? Ich fang an mit Michael. Warte, ach so. Bitte was Großes. Das ist ein Burger, Bruder. Du darfst dich fühlen. Nein, nein, es ist so eine Sache drin, du Pixel. Er hat ja drauf gegriffen, Mann. Mach blöd! Bruder, er hat doch geheult, der Mach blöd. Was soll ich machen? Hier, ich küss dein Herz, Bruder. Da ist Soja drin, das passt zu dir. Er freut das gar nicht. Da ist Soja drin, das passt zu dir. Genau das hat er verdient. Komm mal ran, sein Gesicht. Genau das hat er verdient. Sein Gesicht. Mamanichat. Zeig mal. Bruder, wer lacht bitte so? Ich lache nicht so. Wer sagt so? Bruder, verrückt, verrückt. Verrückt, verrückt, verrückt. Verrückt, dass wir zu McDonalds gehen. Tankball wäre auch geil gewesen, aber. Er wäre lieber zu Burger King gegangen. Ey, übertreib jetzt nicht. Übertreib. Gib mich einfach irgendwas, was ich mag. Na, du hast gezogen, als ich das gegriffen habe. Ich hab schon gesehen. Ein Snack. Noch ein Chicken Burger, woher? Duplication Glitch? Nein, falsche Verpackung. Falsche Verpackung. Duplication Glitch. Okay. Okay, und jetzt muss Michael was für Nye raussuchen. Der holt jetzt einfach Bremsenreiniger raus und sagt, Guck ihn dir an, guck mal, guck mal, er hat schon irgendwas Goofy, er hat das schon geplant. Dicke, bruder, mach das einfach mal kaputt, bruder. Fahr mit dem Auto über Burger erstmal und dann gib mir. Warte, warte, ich hoffe, diese... What is that? Ist da Wäcken drauf? What? Was ist das überhaupt? Was steht denn da drauf? Häh, bruder, wir haben die ganze... Warte, es war doch nicht ein Mac Ripp oder so. Wir dürfen nicht gucken, beschreib uns den Burger. Hamburger Royalty S. Wie würdest du den Burger nennen? Doppel Hamburger Royalty S. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Double Kill. Das ist dein Lieblings, oder? Mit Cheese. Nein, aber da ist kein Käse. Da ist Käse. Das ist der mit Käse. Hamburger Royalty S. Das ist der, den du feierst. Double? Ja. At this point? Bruder, wir sind langsam zu deep für noch ein Double, Bruder. Okay, Bruder, ich sag ehrlich, den mach ich. Es ist ein Chicken Burger. Ja, Bruder, irgendwas ist hier wild. Digga, das war ja so... Wir haben zwei Chicken Burger gehabt. Ist da irgendwas drin in der Tüte, Mac? Ich meinte jeden Burger einmal einfach, es war kein Hamburger dabei, aber zwei Chicken Burger. Bruder, du weißt doch nicht, was da noch drin ist. Okay, scheiß drauf. Let's go, seid ihr ready? Auf geht's, Jungs. Aber warte, was ist die Challenge? Die Challenge ist, wer schneller schafft. Scheiße, wie unfair wäre das. Es geht keine Challenge. Es geht jetzt gerade nur noch darum, alles zu schaffen. Vergleich mal bitte eine Bulette, einfach so groß wie sein Burger. Bruder, hast du hier Speed Challenge gemacht? Boah, ich wär glaub ich... Ich muss mich gerade zufrieden. Tut mir leid, Tummelette. Ey, guck mal bitte. So sieht ein Plant-Based-Piccadellen-Buletto aus. Bro, wie gesagt, der ist genau wie du, einfach Soja, Soja as fuck, nicht real, kein Meat, keine Power, gar nichts. Ich probier einmal, ne? Boah. Boah, Jungs, ich sag, ey, ich kann das nicht, boah, der schmeckt zu widerlich. Der schmeckt zu widerlich. Boah, ne. Boah. Ja, Bruder, wie heißt das auf Englisch? Bruder, wie heißt das auf meinem Kopf auf Englisch? Cap. Achso. Einfach nur, du musst nicht essen, Bruder. Riech einfach mal. Riech einfach mal nur an der Bulette und sag nicht, dass ich nach Katzenfutter. Bro. Na? Das riech einfach ein bisschen angeschmort. Du musst ernst sein. Bruder, ein bisschen angeschmort. Das riech echt nach Katzenfutter? Ja, das riech nicht nach Katzenfutter! Bruder. Bruder, weißt du was? Ich würd auch Katzenfutter essen, ist mir scheißegal. Markus Rüller hat auch gegessen. Ich würd essen für den Gym. Deswegen, der, guck dir den an. Merkst du selber, ne? Merkst du selber, Babyface. Das ist nur das beste Fleisch. A plus 1 mit Sternchenfleisch. Okay, sehr geil. Ich wusste, dass du kein Hotch-Twin bist. Du soft. Du soft, Mike. Du meinst stiff, Mike. Du soft. Also ich sag ehrlich, war einfach. Bei mir nicht, sag ich dir nur sehr. Wird das ein Last Man Standing? Ich kann auch so nicht mehr morgen. Mein Kiefer ist einfach taub. Hallo, was machst du mit Gewinn von Platz 1? Oh mein Gott. Platz 2 kriegt der Medium. Ich hasse Medium. Ich auch. Du Wichser. Ohne Wasser sterb ich. Michael, wir haten uns hier offen. Aber jetzt kannst du mal meine Seite haben und auch mal jetzt hier so ein Vetum einsetzen, dass Hamid nur zwei Burger bisher gegessen hat. Ja. Jabb mal ein bisschen. Hamid muss eigentlich noch... Boah, er hat basically schon viermal so viele Burger gegessen wie du. Aber was juckt mich das? Jabb Master. Komm, sag mir jetzt hier. Wo sind die Regeln? Wo ist das Regelwerk zu deinem Spiel hier, Hamid? Nein, du darfst nichts nehmen. Es ist Ergebnissport. Runde für Runde. Ergebnissport? Wäre mehr auf Waage wiegt. Das Ding ist, du überspitzt die Story eh. Nein, guck, 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 guck. Nein, guck, 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 guck. Nein, guck, original. Nein, ich schwöre, du wirst ganz genau wissen, ich sag die Wahrheit. So, wir sind in diesem Club. Ich sehe wie Young Malice, der Rapper, du kennst ihn zwar nicht, aber er ist Rapper mäßig. Shout out Young Malice. I love the guy. Er geht auf Toilette, ne? Ich sag so, weil ich sehe ihn das erste Mal, weißt du? Ich sag so zu Michael, ey Bruder, guck mal das, dieser Young Malice. Original Michaels Reaktion. Young Malice? Wer? Wo? Wo? Er dreht sich, Bruder. Er macht Beyblade. Er dreht so rum. Bruder Young Malice, ein Blick. Und geht dann auf Toilette. Boah. Ist so, Bruder, du hast alles gewickt. Ich hab nicht mal ein Wort mit ihm ausgetauscht. Cringe. Michael ist original. Die eine Person, wenn du sagst, ey guck mal unauffällig, da ist der und der. Er wird so gucken. Brrr. Und dann noch fragen, wen meinst du, Bruder? Ja. Es ist so geil. So überspitzt, Bruder, das war nicht so. Nein, das war nicht so. Das war 1 zu 1 so. Genau so. Ich erklär dir, wie das war. Ich fuhl, alles fuhl. War nicht der Klub leer, als wir angekommen sind? Michael hat mir auch gesagt. Es war leer. Ich so, nur dieser Bereich, nur dieser Bereich. Nein. Guck mal nur. Es war ein Flecher. Guck mal, hier ist so ein Mensch, da haben wir so. Hey Bruder, da ist. Ich so. Hä, was meinst du, Bruder? Weil aber nur, er hat so leise geredet. Ich hab nichts versteckt. Ich mach mal auf. Nein, würde ich sagen, Bruder, da ist. Nein. Man hat nichts gehört. Entweder sagt er gerade nichts oder sagt was. Okay, wenn ich sage, da ist, sagt man dann, wer Bruder? Wer ist wer? Danke, ehrlich. Erstmal mein Respekt, dass du es geschafft hast. Wir kommen jetzt zum Finale. Bist du ready? Nein. Okay. Unter gar keinen Umständen. Jetzt nur noch hier was drin. Okay. So. Wir werden das jetzt so handhaben, okay? Wir werden jetzt alles, was in der Tüte ist, hier auspacken und hinstellen. Wir machen dann schnick, schnack, schnupp. Der Gewinner darf sich das erste aussuchen. Gucken wir, was noch alles dabei ist. Aha. Scheiße. Der Mac-Ass. Mac-Michael. Oh mein Gott, jetzt weiß ich, was Michael meinte. Soßen. Das ist ja okay. Ja. Oh mein Gott, nein Bruder. Es sind nur noch zwei Sachen. Was? The Prime. Boah, Double Chili weiß ich aber jetzt nicht. Das war's. Wie jetzt? Das war's? Nein. Das war's. Das war's. Das war's. Bruder, also ich will jetzt keinen heißen machen, aber... Du wirst den Mac-Rib, alles gut. Sportlich. Weißt du, was das Problem ist? Chili kann ich gar nicht. Hä? Willst du den Mac-Rib? Auch nicht. Ich bin der. Achso, ja stimmt. Kannst ja nicht. Easy, easy. Ich sag dir, davon kriegst du auf jeden Fall Bauchschmerzen. Aber wieso sagst du nicht, dass wir heute Gym-Video machen, Bruder? Das ist eigentlich... Bruder, hast du Gym-Vlog für uns? Intro. Ich höre Intro. Normalste so Intro zu Gym-Vlog. Ja, geh noch, geh noch gleich zu Gym. Ich höre davon, wer so sagt, der kann nicht zunehmen oder so, Bruder. Eine Session. Es gibt ehrlich Leute da draußen, die sagen, ich kann nicht zunehmen, Bruder. Dix her. Was denkt ihr, wer wird jetzt mehr drücken? Einfach jetzt, wir fahren Gym, wer drückt? Nein, Bruder. Hä, Bruder? Was ist das für... Na, ich würde nicht jeden Moment mehr drücken. Was ist das für eine scheiß Frage? Bruder, der nimmt mich so hops, ne? Ich küsse deinen Kopf, Digga. Werd ich gef... Was dachtest du jetzt? Das ist jetzt... Einfach ein Arm von mir hört auf zu arbeiten oder so? Der wollte interessante Content geben, Bruder. Bro, chill. Weißt du was? Du drückst am meisten. Ich schwör sogar. Weil ich bin einfach... Ich hab einfach keinen Bock mit dir, Digga. Geh einfach alleine. Nimm einfach eine Kamera und filmst selber, wie du in den Gym gehst. Ruf Wichser. Boah. Interesting taste. Ja? Schlecht? Ja. Richtig. Also wirklich unter aller Sau. Ich weiß nicht, ob Zaren hat, dass die hier so lange liegen. Auch auf diesem kalten Tisch hier. Irgendwas ist er nicht mehr dran. Aber der schmeckt halt auch gar nicht mehr. Irgendwas ist er gar nicht mehr richtig. Leute, lass mal einen Daumen nach oben da auf dem Video. Wir sind Road to 600k Abonnenten. Na, da ist kein Abo da. Lass mal ein Abo auf dem Zweitkanal da. 4k vor 200k. Geht das für dich locker runter? Ja. Stark. Das ist stark. Ich muss kämpfen. Aber das schmeckt nicht so. Aber das schmeckt nicht so. Ich muss kämpfen. Das schmeckt grad ehrlich. Weißt du noch, diese Tomate, die du wegmachen durftest? Ja. Darf ich diese eklige Zwiebel wegmachen? Ja, ja. Bruder, guck mal, das ist so als wäre der Folie drin. Was ist das für eine Zwiebel? Ja, ne, guck mal, guck mal was ich hier für Zwiebel wegmachen, Tomate wegmachen. Bro hat mit Handachs einfach auf diese Zwiebel gehauen. Warte mal. Ey, warte mal. Ich will nicht fronten, ich will nicht fronten, ich will nicht fronten. Du darfst jetzt wieder einsteigen, du darfst das Fleisch wegmachen und noch weiter essen. Ja, easy. Ja, komm, mach. Ja, aber was hab ich denn davon, wenn ich jetzt... Du bist ja wieder drin. Ja, aber wer verliert denn dann? Wir haben ja nichts mehr. Wir holen gleich noch ein paar Sachen. Nein. Das Ding ist das... Nein, guck mal. Nein, hallo, hör mal zu. Das ist doch ein bisschen Brot, Digga. Das Fleisch war an dem Brot, das schmeckt doch auch nach Katzenfutter jetzt. Oha, oh mein Gott. Da ist nicht mal Brot. Guck mal, das ist das Problem an manchen Leuten... Dein Finger war auch in deinem Arsch und du benutzt den immer noch, Digga. Das ist das Problem an manchen Leuten, die zu viel in den Arsch gesteckt bekommen von ihren Eltern. Ja, safe. Michael ist so ein Typ, er ist reich geboren, er hat immer alles bekommen. Ja, das... Das ist crazy. Er war immer gut aus, er war immer fresh. Er war immer fresh. Er ist einfach Model. Er ist einfach Model. Er ist einfach Model. Wie? Ja, das macht alles Dings. Deine Agentur. Welche Agentur? Nein, ganz ehrlich. Das dürfen wir jetzt hier nicht sagen, welche Agentur, aber du weißt ganz genau, Digga. Bevor wir dich lieben. Mhm. Ein wahrer Junge von der Straße klaut, um zu teilen. Okay, okay, der war stark. Der war stark. Ich esse. Ein wahrer Junge von der Straße lebt von Hand im Mund. Mhm. Michael, jetzt zu. Du hast du die meiste Zeit zum Überlegen. Ja, okay. Ein wahrer Junge von der Straße... Sag Bube. Sag Bube. Sag Bube. Sag Bube. Du hast auch genug gesagt. Nein. Okay, ein wahrer Mann von der Straße tut alles... Sag Bube Strat. Sag Bube Strat. Lass mich ausschließen, wenn ich ein Zitat bringe. Sag Bube Strat. Ein Jahrer Mann von der Straße... Sag Bube Strat. Bro, you ain't about that, Bro. Nein. Du musst halt Janak sagen. Ja, ne? Ey, nur weil du Janak hast, Digga. Das ist... Du hast Janak... Nein, nein, guck mal. Ich chill nicht mehr mit denen. Ich geh nach Hause. Du musst halt Janak sagen. Der Typ hört Playboy Kari, Mann. Oder nee, wer hat nochmal Tanga gezeigt, wen du hörst? Nein, nein, wo Michael Tanga drin. Hahahaha. Du musst ja noch mal machen. Hahahaha. 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 Viermal wieder eingebrochen. Und los geht's. Viermal wieder eingebrochen. Hey, hier ist Sonic. Oh mein Gott. Pops. Ich zeig für Video. Räuber. Das ist Herr Dumm, Digga. Hör mir. Echt? Ein Junge von der Straße. Ein Junge von der Straße. Okay, Digga. Hier wirklich alles leer. Wir brauchen gar nichts wegschmeißen oder irgend nichts verschwenden. Außer Michael's Burger. 20 Euro werden das. Bruder. 30. 200. 200? Das ist, ob ich Geldkacken habe? Wann kacke ich? Willst du damit sagen, meine Zuschauer kacken Geld? Nein, aber du. Warum soll ich Geld kacken? Ja, weil du 150 Euro bemerkst, einfach so ausgibst. Ja, für meine Zuschauer. Für euch, meine Freunde. Für Entertainment. Ich habe alles selber gegessen. Für Entertainment. Für Entertainment. Wir haben Diabetes geriskt. Für Entertainment. Ist da wirklich nichts mehr drin? Nur Müll? Hier habe ich eigentlich von Anfang an Müll reingepackt in diese Tüten. Ich habe was verpasst. Ach stimmt. Die Milkshakes? Was ist Eis denn? Irgendwer hat einen fatalen Fehler gemacht. Was denn? Die ist voll. Ja, die ist voll. Die ist voll. Boah, Bruder. Nein, die ist voll. Ernsthaft jetzt. Ich gebe auf. Ich gebe auf. Hier. Oh mein Gott. Wer hat diese Tüte da hingetan, Digga? Irgendwelche Cheeseballs, Digga. Glizzyballs, Bro. Ja klar, Digga. Komm. Jetzt aber. Das soll sie gescheit... Nee, ich gebe auf. Ich gebe auf. Ich gebe auf. Damit habe ich gewonnen, ne? Das weißt du. Oh mein Gott. Ich kapituliere. Fair. Das ist ein Krieg, den ich nicht gewinnen kann. Ich habe nicht die Männer dafür auf dem Platz. Gian ist vorher schon gegangen. Michael ist eh keine Ahnung, aber... Ich habe meine eigene Rechte. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich nicht mehr zu machen. Ich habe mich nicht mehr zu machen. Ich habe mich zu sagen. Ich habe mich zu sagen. Bye-bye. Bye-bye.